Podcast mit Tatjana Lackner Heute geht es um vier verschiedene Wörter, die ich ganz gerne mal beleuchten würde und mal schauen, ob wir die alle richtig verwenden. Das erste heißt Sprichwörtlich Manchmal hilft es uns in der Muttersprache zum besseren Verständnis, wenn man in der Fremdsprache schaut, was das Wort übersetzt heißt. Im Englischen würde man sprichwörtlich übersetzen mit Proverbial. Ein Beispiel Er hat sprichwörtlich ein Elefantengedächtnis. Viele Menschen, und das fällt mir immer öfter auf, besonders auch aus dem Osten des deutschsprachigen Raums, verwenden sprichwörtlich als Synonym für tatsächlich und verstärken damit die Doppelbüdigkeit ihrer Aussage. Also Beispiel Ohne meine Couch würde ich sprichwörtlich auf dem Boden sitzen. Ein ganz anderes Wort ist das Wort wörtlich, manchmal auch nur wörtlich gesprochen. Zum einen taucht es auf in Nachrichtentexten, also Beispiel Der Bundeskanzler sagte wörtlich Und jetzt folgt dem Bundeskanzler sein Originalzitat, das natürlich mit Anführungszeichen ausgewiesen sein muss und das ganz genau zitiert werden muss, samt Quellenangabe und Co. Im Englischen würde das übersetzt werden mit A word for a word. Dort, wo Präzision gefragt ist, taucht wörtlich genauso auf, wie in Anschuldigungen vor Gericht. Also ich denke jetzt an ein Beispiel Und dann hat der Chef gesagt, dass ich nicht nur eine blöde Kuh bin, sondern auch als Frau keine Führungskraft sein kann. Das hat er wirklich gesagt? Wortwörtlich. Exakt so mit diesen Warten. Also in dem Fall geht wortwörtlich eher als ein A word for a word. Genauso hat er es gesagt. Sehr im Unterschied zu unserem dritten Wort, nämlich Wortgetreu. Bei Übersetzungen oder Protokollen beispielsweise ist es wichtig, den Sinn so genau wie möglich zu transportieren. Im Englischen würde man sinngemäß sagen Röbetim. Beispiel. Sie finden hier die wortgetreuen Übersetzungen großer römischer Feldherren. Und als Viertes in der Unterscheidung dieser Worte, dieser kleinen, die irgendwie alle in die gleiche Richtung zielen, haben wir buchstäblich. Im Englischen wird buchstäblich übersetzt mit literally. We live literally just around the corner. Also im Deutschen wäre ein Beispiel, die Hochzeit im Freien ist buchstäblich ins Wasser gefallen. Warum? Weil es tatsächlich geregnet hat und alle hineingehen mussten. Ich finde es wichtig, dass wenn man so kleine Wörter verwendet wie sprichwörtlich, wortgetreu, buchstäblich, aber eben auch wortwörtlich, dass man so ein bisschen sich anschaut, welches gehört denn an welche Stelle und was bedeutet es eigentlich. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com. slash blog Facebook. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.